Musik Hallo, fägele, mein Sumpfland! Die Moki hatten recht, ich war sehr in den Glauben, aber es war so lange her. Warum klinge ich auch wie der Erzähler? Ich bin Qualloc. Ich heiße dich in meinem Sumpfland willkommen, mein kleines. Die Moki sagen, du suchst deine Freundin, deine Neule, sie ist weit im Osten runtergefallen. Der stille Wald hat sie in seinen Klauen. Oh, wo es keine Heulen mehr gibt. Die Szene kämmern, ne? Einst führte der Wasserwerkweg hinter mir dorthin, doch das Wasser wurde faul. Jedoch gibt es einen Weg im Westen des Unquell. Wirklich eine große Wassermühle. Sollst du sie wieder zum Laufen bringen, würde das Wasser wieder klar fließen. Ich würde dich begleiten, aber die Moki brauchen mich, doch ich kann dir etwas geben. Ein Fragment des Urheiltenlichts, das eins ein diese Wittnis erleichterte. Möge die Stimme und dich durch das gefährliche Land führen. Es ist lange her, dass ich das Meer verlassen habe, aber ich werde mein letztes tun. Der Brunnenquell braucht unsere Hilfe. Dicht, Till. Ja, geh zum Brunnenquell und erinnere das Wasser daran, was es heißt. Es ist super, keine Ahnung. Aha, wir müssen eh so mal nach mir zurück. Alles klar. Dann, gut. Geil. Okay, mal, mal so zurück. Äh, oder was? Das Wasser hier ist dunkel. Ey, wir können nicht angeln. Wir können nicht schwimmen. Schauiges Wasser. Trauiges Wasser. Die Mühle geregt sich nicht. Darum ist das Wasser so still. Hör mal, bevor wir da hingehen. Ich will gucken. Okay, okay. Also. Also. Ah, ich verstehe. Na dann, äh, haben wir keinen Weg. Gut, da kommen wir auch nicht weiter. Äh, tschüss. Na dann, äh, tschüss, ne? Aber ich will nicht zum Fressen gehen. Warum ist denn auch so ein Schied drin? Ich muss das mal. Ja, ich muss mal hier kurz, äh, mit der Maus machen. Ah, wir haben jetzt mehr Leben, ne? Ja. Sechs Stück. Gann mal. Ich hab mal die ganzen PC-Bildschirme, also, ein. Auf, äh, reduziert, auf, äh. Haben wir da irgendwas? Warte mal. Wir haben ja alles, ne? Da haben wir irgendwas. Guck. Das ist grau. Was ist das, wie Pöppel da oben? Das verstehe ich nicht, Schatz. Äh, wo bin ich? Oh. Hey. Äh, aah. Komm, auf jeden Fall, die Muskizos wieder. Schass du die voll. Ich will aber da oben. Oh. Oh. Ou sei. Irgendwie haben wir es geschafft, keine Ahnung, ich kann es selber nicht erzählen. Hey, was ist das mit dir, tschüss, stört oder was? Scheiß sein, ne? Neck mich da am Arsch. Man ist aber irgendwie erstmal gestockt, ne? Von dem Schlag irgendwie. Das ist ja voll dumm. Wirst du getroffen? Erstmal ausgenockt. Vier zwei. Kannst nichts mehr machen. Hm. Warte mal an die Wand. An die Wand mit dir. Okay. Ich glaube wir müssen von unten nochmal machen. Warte dann mal in die andere Richtung. Warte mal. Warte mal. Hier haben wir so einen Schrein. Speicherpunkt. So. Ein einzig. Schrein. Ah, wir machen gleich. Wir machen gleich. Ich will erstmal hier jetzt, wie das kriechen. Griechen. Ich weiß, das war nur so ein Ding, ne? Hätte es schon dann, dann heute, aber. Das war doch eben fast genau, ne? Hätte ich nur noch dieses Ende gemacht, dann. Fuck it. Ich kann auch nur einmal hüpfen. Ich kann auch nur einmal hüpfen. Der ist wohl da nur an die Wand, Mann. Was hab ich gemacht. Den hier. Okay. Dann machen wir das nicht. Geht das? Dann machen wir das mit. Oh, ich habe das mit. Ich sage dir das mit. Okay, dann practice ich mal bei. Das ist gut, okay. Das mit. Ich habe das mit! Ha! Euer Mala! Mann! Was ist der denn hier? Komm mal am Sch... Komm mal nicht weg. Los loslassen, hallo! Was steht da? Was hat der? Da ist mein Moki und das sehe ich jetzt noch. Was weiß ich nun? Von Hand zu Hand. Nein. Wie ist euch? Ich wollte nichts mehr mit euch zu tun haben. Kann man uns teleportieren? Warte mal. Bringt das was? Ah, wohin? Was zeigt denn hier Dings an? Ich kann nur die Dinger teleportieren. Äh... Dann... Reinheit nicht. Reinheit nicht! Äh was haben wir denn hier alles? Wir haben hier unten was. ich kann das auch noch schneiden ja von daher haut rein bis zum nächsten mal tschau so wir gehen jetzt einmal hier runter da war man nämlich noch komplett nicht ne flette abschnitt nicht äh wo war das noch weiter runter ne ach so äh das geht ja nur von anderer seite blöder pischer blöder pischer hey komm mal oh ooooh ja ooooh wenn das dann lass mal wüsste ey nein 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 ach Junge oh nice war eigentlich schon ne Dorn dran aber egal ja lave meine aaaah nein 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 die super ist nicht gut für dich oh was äh 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 es war Zufall ich wäre Zufall der Zufall ist heute spiele ich mich jetzt ach du heiliger ach so ach so aua aua mann ist doch eigentlich so gehen mann normalerweise normalerweise ist das Spiel ja komisch ich bin doch im Arsch die wollen die das von mir ach Junge hey 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 Hammer das ist nicht immer lang hier gehts auch noch irgendwo hin bräuchte Stampfer kann ich unten das schwert halten ach nee ist das in der Sackgasse also von daher gehe ich da lang das war jetzt nicht so gut ja ja schee nice hey guckst du auf einmal her Junge wir haben ja vorne hier in genau ohne meins ohne mich zu fragen ey so so ehhhh gut den kann man sich auch glaub ich Tittenmauer schreien was kann man hier machen kann man hier machen kann man schreien was äh 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 ich hasse sie ich hasse sie so sehr ne so sehr so sehr so sehr so sehr so sehr so sehr ich bin voll gebrochen ich bin voll gebrochen voll gebrochen Das war's. 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 Das man kann ja später hin. Eine mal in die Fresse und dann weiter. Das ist anders so. Das war's. Da sind wir da. Das waren wir jetzt Exactly. Oh ne. Kommen wir hin. Kommen wir dann noch. Und was macht der nochmal? Haben wir da schon mal was? Ah ja, haben wir schon. Oh. Ich war grad voll irritiert da, was da oben ist. Ich hab's vergessen. So, gib mal rein, Lachs. Ähm. Shit. Aber nicht so gut. Äh. Das ist auch nisch. Krass. Geil. Ist das hier aber wo? Ne, noch. Noch was. Noch ein klein wenig. Nice. Ähm. Uh. Es lädt. Und es lädt und es lädt und es lädt. Hast du vielleicht nicht? Skyto, skyto. Scheiße, Alter. Ah ja. Shit. Mal zu. Oh. Da ist er. Hä? Die Stange habe ich nicht gesehen. Lol. Pisser. Ich weiß, die brauchen ein Ding. Dafür. Fuck. Wie ging das nicht mehr runter? Hä? Wer hat meine Mauer eingerissen? Hä? Wer ist denn da? Oh oh. Wer hat das bis dahin gesehen? Jo. Ich war nix. Ich war nix. Ich war nix. Brunnenquelllichtung. Ha. Wir sind ja im ganz neuen Gebiet. Ach. Ich hab die Dinges nicht gesehen. Mal dass da eine Stange war. Hier sind viele Affen. Ist das Affenreich? Hi. Okay. Gut. Gut. Du hast die Richtung erreicht. Geist. Deine Reise hat dich nicht zufällig schon in die Richtung des Brunnenquells geführt. Durch deine alten Mobilität. Dort haben meine Interesse geweckt. Vielleicht erkunde ich diesen Ort selbst ein wenig. Vielleicht sehen wir uns ja bald. Willst du eine Fähigkeit verbessern? Oh weiss. Eine Fähigkeit. Ähm. Wache. Verwendete Energie. Lass deine Geisterkuhl entstehen. Ach ja. Hier das haben wir ja. Boah. Wir könnten mal was machen. Oder? Stachel. Verwendete Energie. Wirft eine Mächle gesperren. Ans Licht. Eine große Menge. Geisterschlag. Die ist natürlich super. Schön. Die. Verdammt. 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 Oh. Mein Wissen hat seine Grenze. Ich kann die schließlich nicht bereit bringen. Was ich nicht selbst weiß. Aber ich habe von einem Art voller Wissen gehört. Voller altem Geisterwissen. Der Einger soll außerdem aufmerksamsten verschlossen bleiben. Viel Glück. Neues Gerücht. 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 Hat nie gegrillt. Okay. Ist dann nix. Oh. Tock. Sag mal. Was hast du für ein Stück Schapier? Hä? Diese klaren gepunktete Linien. Diese auffällige X. Das ist eine Schatzkarte. Hier. Ich tausche meine Wanderbeute dafür ein. Ich werde eine größere Tasche brauchen. Okay. Warte. Schön. Das ist eine neue Questgegenstand gefunden. Kleiner, aber nutze ich bei Abenteuern. Was bringt das? Nein. 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 Wir müssen erst mal. Ich wollte gerade mal gucken. Aber den Rundumschlag mal wissen. Wo war das denn? Ein. Ne jetzt war ja. Hier. Ist das? Ey. Hier ist der Rundumschlag. Ist der Rundumschlag. Nicht mal dann weg. Wir brauchen alles, ne? Scheiß, dass man nur drei machen kann. Das können wir mal machen. So. Hi.